Lofta Mini Klimaanlage. Könnte sich dieses mobile Klimagerät für dich lohnen oder nicht? Darum soll es in diesem Video gehen. Das Amazon Angebot dazu werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, so eine Mini Klimaanlage bietet viele Vorteile im Vergleich zur großen Klimaanlage. Sie ist viel schneller einsatzbereit. Du musst sie nicht so aufwendig installieren. Sie ist viel leicht transportierbarer. Kannst sie mal im Homeoffice, mal im Schlafzimmer verwenden, mal in der Küche, mal sonst wo. Ja, und gerade wenn man jetzt auch neu ist im Segment Klimaanlage, möchte man vielleicht eher mit einem preisgünstigeren Modell einsteigen. Und auch da ist so eine Mini Klimaanlage natürlich ideal geeignet. Wir haben hier 350ml Wassertank, also da passt schon ordentlich etwas rein. Selbst bei diesem günstigen Preis. Einfach zu bedienen, auch das ist vielen Leuten ein wichtiges Anliegen, denn die Temperaturen wurden jetzt sehr schnell sehr warm. Da hat keiner Lust, jetzt ewig lange mit einer komplizierten Klimaanlage sich rumzuärgern, sondern verwendet vielleicht lieber so ein einfacheres Exemplar. Das ist auch relativ leise mit 25 Dezibel. Das ist wirklich noch relativ leise. Und ja, genau. Ansonsten gibt es da auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Die wichtigsten Punkte sind, dass es eine kleine kompakte Klimaanlage einfach zu bedienen, leicht transportabel. Ja, Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch natürlich in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Meiner Ansicht nach ein faires Angebot für eine Mini Klimaanlage. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein wie immer am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zur Lofter Mini Klimaanlage. Amazon Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen kühlen, angenehmen Tag. Alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.